Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 65 Jahre WVG. Die WVG bringt sich jetzt seit 65 Jahren ins gesellschaftliche Leben der Stadt Geßacht ein. Ob das die Messe ist, ob das der Weihnachtsmarkt ist, den wir jetzt gemeinsam mit der WVG hier in Geßacht wieder vorangebracht haben, oder aber auch die Marktsonntage, die ein voller Erfolg sind und über Geßacht hinweg für ganz viel positive Stimmung und ganz viel positive Presse sorgen. Die WVG ist immer ein Ansprechpartner. Sie informieren, sie helfen, sie unterstützen die Unternehmen und sie kriegen immer mehr Zulauf bei den Unternehmen. Ich wünsche der WVG weiterhin alles Gute für die nächsten 65 Jahre und dass sie weiter so machen und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Stadt Geßacht.